Groß und kräftig leuchtet mein Licht, violett ist meine Flamme, transformierend jedes Wort, was ich an dich richte. Und so betrete ich deinen Raum und stehe direkt vor dir. Allerliebster Mensch, dies sind die Worte von Saint-Germain, welcher heute durch Nirjana zu dir spricht. Und wenn ich dich so betrachte, dann sehe ich die große Liebe und das große Licht in dir leuchten. Ich sehe, dass du auf dem Weg bist, vertrauensvoll deinen Seelenweg zu gehen. Und dabei möchte ich dich heute etwas unterstützen. Und so werde ich, wenn du es mir erlaubst, deinen Energiekörper, deine Aura, deinen mentalen und emotionalen Trichter von Energien befreien, welche dich belasten. Ich reinige deine Seele, deine Seelenoberfläche mit meinem violetten Licht, mit meiner violetten Flamme. Und so atme nun dieses violette Licht in dich ein. Und beginne dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr auszudehnen. Spüre dieses Feuer in dir und spüre auch, wie sich die Energie ändert. Ich transformiere voller Liebe all das, was dich jetzt am meisten belastet. Und du darfst mir jetzt in diesem Moment die Dinge sagen, von welchen du meinst, dass sie Karma tragen. Du darfst jetzt all die Dinge mir übergeben, wo du meinst, dass sie von der Energie des Karmas belastet sind. Ich gebe dir ein wenig Zeit und währenddessen du dies tust, du zu mir sprichst. Bin ich dabei, all das zu transformieren mit dem violetten Licht. Und so beginnen wir beide jetzt. Ich erzähle, trotz mich. Jakob ist das! Ja. Je tiefer du bist, und du in deine Emotionen gehst, umso mehr kann ich für dich lösen. Voller Liebe, voller Licht, transformiere ich jede Angst, jeden Zweifel, alles, was dich belastet. Ich gleiche dich aus, nehme dir das, was genommen werden kann, so wie es deine Seele zulässt. Es ist die violette Flamme, welche für dich wirkt, und es ist sein Charmeur, welcher für dich wirkt. Alle kleinen Dinge, die dich sehr belasten, kann ich dir nehmen. Es ist die Leichtigkeit der Transformation, welche geschieht. Und prüfe für dich selbst, prüfe für dich, was sich dir jetzt noch zeigt. Welche Dinge sich zeigen, und vielleicht erkennst du, wo du noch Karma trägst. Lasse dich fallen, ich unterstütze dich. Und wenn du spürst, dass da noch etwas ist, etwas, wo du meinst, dass es dein Karma ist, dann sende ich jetzt voller Liebe den violetten Strahl der Transformation in dieses Feld hinein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und nun atme, atme die Energie der Liebe ein. Sie wird dich heilen. Atme das Licht, das Licht der Liebe ein. Es baut dich auf und stärkt dein Sein. Sehr schon mal, hat für dich gewirkt. Und es wurde alles so für dich getan, wie es gut und richtig ist. Und nun, gehe wieder in dein Hier und Jetzt. Lasse einfach los. und vertraue, dass alles gut ist, so wie es ist. Denn dieses Vertrauen gibt Kraft und Stärke. Und St. Charmin sagt zu dir, du kannst jederzeit wiederkommen. Ich werde immer, jeden Moment, mit der Transformation für dich wirken. Die violette Flamme stelle ich dir zur Verfügung. und so verabschiede ich mich von dir mit den Worten der Liebe und sehe dich noch einmal ganz liebevoll an, bevor ich mich jetzt zurückziehe. und so verabschiede ich mich von dir. dass etwas verabschiede ich mir. und so verabschiede ich mir mal, Ich werde mich. Untertitelung des ZDF, 2020